Der Bosch Universal Aquatac 135. Dieser Hochdruckreiniger ist ein echtes Highlight für alle, die ihr Zuhause und ihre Gartenmöbel gründlich und effektiv reinigen möchten. Mit einem Druck von 135 bar ist er besonders kraftvoll und entfernt selbst hartnäckigen Schmutz mühelos. Ob Terrassen, Autos oder Gartenmöbel, mit dem Universal Aquatac 135 wird alles im Handumdrehen sauber. Besonders praktisch ist die 3 in 1 Düse, die Fächerstrahl, Rotationsstrahl und Punktstrahl vereint. So kannst du je nach Bedarf die Reinigungsleistung anpassen und auch schwer zugängliche Stellen problemlos erreichen. Neben der hohen Reinigungsleistung überzeugt der Universal Aquatac 135 auch durch seinen Komfort. Der ausziehbare Griff und der zweite Tragegriff sorgen für eine kompakte Aufbewahrung und einen einfachen Transport. So kannst du den Hochdruckreiniger bequem von A nach B transportieren und platzsparend verstauen. Im Lieferumfang enthalten sind neben dem Universal Aquatac 135 auch eine Bosch Hochdruckpistole, ein 7 Meter Schlauch, eine 3 in 1 Düse, eine Hochdruckschaumdüse mit Behälter und ein transparenter Wasserfilter. So hast du alles, was du für eine gründliche Reinigung benötigst, direkt zur Hand.